UNTERTITELUNG Hier hat niemand mehr gewohnt, seit der Ort aufgegeben wurde. Hallo, Dagny. Freya. Hat Sie das alles getan? Ja, sieht so aus. Was habt ihr mit dem Haus vor? Wir wollen Bett & Breakfast machen. Hier sind viele Touristen im Sommer. Ich meine, in Island verschwinden Kinder nicht einfach so. Tja, und doch ist es mal im Wenner passiert. Nein. Es war einfach ein Fehler, also hierher zu kommen. Was sagen Sie? Glauben Sie, das könnte dieselbe Person getan haben? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich denke, es ist ganz offensichtlich. Das Foto haben wir im Haus dieses Jungen gefunden. Bernodisch Petter schon. Und er kommt tatsächlich aus Hesteri. Dieses Kreuz sollte eigentlich auf dem Friedhof stehen. Aber gestern war da nur ein Loch in der Erde. Es sah so aus, als ob sie entfernt worden wäre. Und jetzt habe ich's im Bach gefunden. Das sind die Eltern. Die Mutter ist bei der Geburt von Bernodisch gestorben. Was ist mit Benna? Antworten Sie mich! Warum hast du das dahin gelegt? Nein, das bin ich nicht gewesen. Das bin ich nicht gewesen. Der Name Bernodisch. Sagte Ihnen etwas? Es wird alles gut. Was haben Sie gesagt? Was haben Sie gesagt? Er ist immer bei mir. Immer. Das von Glocken. Glocken Honey. Glocken incarnate Sie. Das für Kritersurben. Glocken governance. Glockenzeichen.